Lili Becker, 42, hat gerade sicher vieles im Kopf, schließlich wurde erst im Mai die Trennung von Tennislegender Boris Becker, 50, publik gemacht. Doch anstatt Rübsal zu blasen, scheint Lili momentan viel Spaß zu haben. Auf Instagram zeigte sich die 42-Jährige nun ungewohnt offenherzig. Dank der neuen, stell mir deine Frage, Funktion bekamen nun ihre Fans die Gelegenheit, mit der schönen Niederländerin direkt in Kontakt zu treten. Die User sollen Fragen gestellt haben, wie etwa, glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick, so die, Bill. Doch dann wurde es immer privater, auf eine vermeintlich harmlose Frage soll Lili dann ziemlich zweideutig geantwortet haben. Auf die Frage, ob sie Tennis spielen könne, antwortete die Ex von Boris Becker, nein, in Bezug auf Bälle habe ich andere Qualitäten. Das zweideutige daran, das englische Wort, Pals, kann übersetzt sowohl, Bälle, als auch, Eier, also Hoden, bedeuten. Ein Fan hackte da natürlich nach und wollte wissen, welche Qualitäten sie denn besitzen würde. Die 42-Jährige, ich spiele kein Tennis mit ihnen, und fügte einen Smiley mit Augenzwinkern dazu. Das lockere Frage-Antwort-Spiel sollte munter weitergegangen sein, bis auch die Frage geklärt wurde, was Lili wohl drunter trage, Rotpanz oder Tanka? Die Loch-Ehe-Frau von Boris Becker antwortete tatsächlich und zwar, beides. Gut, dass das geklärt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017